Bei einer realitätsnahen Notfallsimulation mit Rettungswagen konnten insgesamt zwölf Mädchen beim Girls Day jetzt in Tübingen Einblick in die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes bekommen. Außerdem konnten sich die Teilnehmerinnen mit Interviews, einer Betriebsrallye und einer Besichtigung der integrierten Leitstelle über das Tätigkeitsfeld der Notfallsanitäter informieren. Laut DRK kann es verschiedene Möglichkeiten für berufliches Engagement bieten und Einstieg in weiterführende Berufe sein. Trotzdem wird der Beruf noch überwiegend von Männern ausgeübt.